Äh, Mira, ähm, du hast ja gerade gesagt, wenn es so ist, dann soll es so sein. Was meinst du damit? Kann ich jetzt die Höllenkrieger verlassen oder nicht? Kann ich verbannt werden? Du kannst dann auch nicht verbannt werden, Snoopy. Äh, ich kann nicht verbannt werden? Hä? Äh, Mira, warum? Du hast doch gerade was anderes gesagt! Mira? Ich verstehe es nicht. Äh, hä? Wieso nicht? Du weißt, was ich alles getan habe. Ich muss verbannt werden, kein anderer Höllenkrieger. Ich! Das geht nicht. Das geht nicht? Mira, bitte. Verbanne einfach mich, bitte. Niemand, ich will nicht jemanden verbannen. Ich will keinen Höllenkrieger verbannen, bitte. Es klart mich, warum ausgerechnet du das unbedingt so möchtest. Den Kiro? Ja, okay, das ist was anderes. Mira, bitte. Ja, okay, vielleicht hat Kiro nicht richtig eingestimmt, dass ich auch verbannt werden soll. Aber das kannst du doch nicht bringen. Hä? Hä? Ey! Mira? Nein, sie verbannt... Nein, nein, nein. Ich kann nicht verbannt werden, Leute. Hä? Was ist das denn? Was ist das? Ich verstehe es nicht, Mann. Oh, was habe ich denn falsch gemacht? Ich... Ey, Mann. Bitte, Mira. Bitte, Mira. Ich verstehe gerade gar nichts. Ich wollte einfach nur, dass ich verbannt werde, weil alles meine Schuld ist. Wirklich, Leute. Alles ist meine Schuld, was zur Zeit passiert, von den Höllenkriegern her. Erstmal wegen mir. Also, ich komme ins Gefängnis wegen mir selber. So, komm, Kiro befreit mich. Und jetzt müssen wir welche verbannt. Anstatt, dass ich mich einfach selber raushole, weil Mira gesagt hat, ich soll mein Erzfeind... Mein Erzfeind soll mich befreien. Und sie meint wahrscheinlich ich, Alter. Weil Sue war schon da. Ey, ich verstehe es nicht, Leute. Ich sage euch so, wie es ist. Ich verstehe es einfach nicht. Ich warte mal kurz, bis das Tag wieder ist, Leute. Und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Leute? Leute? Beule schreibt... Snoopy, komm mal zum Alpha Tower, bitte. Beule, der mich gestern angegriffen hat. Ich sage euch so, wie es ist. Das ist nicht gut. Ich überlege gerade, soll ich hingehen? Soll ich zu Beule gehen, zum Alpha Tower? Egal, Leute. Ich gehe jetzt hin. Ey, wenn er mich jetzt angreift, dann ehrenlos. Dann ehrenlos. Dann verpanne ich ihn von den Höllenkriegern. Ich sage euch so, wie es ist. Was macht er da? Ähm, egal. Das beachte ich mal jetzt nicht. Beule? Ey, Snoopy. Was geht, Mann? Ey, Beule. Was ist? Was ist los? Ja, guck mal. Ja, ich wollte ein bisschen mit dir darüber reden. Weißt du? Ich finde, du bist echt cool, Mann. Und du bist echt stark, weißt du? Wir haben ja gestern gegeneinander gekämpft, miteinander. Und ich wollte sagen, Mann, das war echt nicht so cool. Also, ich hätte dich nicht angreifen dürfen, Mann. Ich hatte nur Lust, weißt du, das Schwein, das war so dick und so kuschelig. Weißt du, da hatte ich Lust. Ich sage dir ehrlich, alles ist gut, ne? Du weißt, wir sind Höllenkrieger. Achso, ja. Wir sind Bros, Mann. Wir würden uns niemals gegenseitig angreifen. Das Ding ist, Beule. Das Ding ist, guck mal. Das Ding ist, Beule. Wir haben immer beste Freunde gefühlt, so. Weißt du, was ich meine? Du bist ein paar Mal gestorben, paar Mal gestorben und, ähm, Beule, du bist ein krasser Höllenkrieger. Ehrlich, der, du bist einer der steckst. Ja, cool, dass wir uns so gut verstehen, Mann. Ey, gut, dass wir uns vertrauen können. Und wir werden dieses Vertrauen niemals missbrauchen, oder? Höllenkrieger, Höllenkrieger, Höllenkrieger. Okay, ey, lass mal in den Eifertabak gehen, ey. Ja, Mann. Ey, was ist das hier eigentlich für eine Fallschule? Na ja, egal. Ey, hast du schon gesehen, wie cool der jetzt aussieht, Mann? Hier, mit so einer Versammlungssache. Ja, okay, hast du wahrscheinlich gesehen. Bro, wusstest du das nicht? Das ist doch schon voll alt, Alter, das ist selbst mal ein Monat alt. Ja, okay, das kommt rein. Ja, mir geht's gut, Mann, aber ich bin ein bisschen nervös, weil meine Axt, die ist immer noch so am Ausrasten, Mann, wenn ich jetzt nicht in den nächsten paar Minuten jemanden kille, dann war's das. Und hier ist niemand online und deswegen, ich hab keine Ahnung, Mann, ich werde meine Axt spenden wahrscheinlich heute. Ja, aber du weißt, Höllenkrieger geht's ja nicht. Den kann man halt nicht an. Was ist das hier eigentlich für ein Block, Mann? Stell dich mal da an. Hä? Was ist das, Bro? Warte, weißt du, wo du fängst? Ist jemand drin, aber warte, musst du mal rein. Oh, Snoopy, ey, und du bleibst da jetzt drin, Mann. Ey, Beule, Beule, lass mich raus. Nein, du bleibst da schön drin. Wenn du versuchst, mit Delitra rauszufliegen, werde ich dich direkt schlagen, Mann. Oh, Änderperlen, das schaffst du nicht, Mann. Beule, lass mich raus. Nein, ich lasse dich da nicht raus. Lass mich jetzt raus, Junge. Meine Axt hat Hunger, egal, wenn ich kille es essen, werde ich jetzt die Höllenkrieger killen muss dafür. Meine Axt braucht Seelen. Ey. Du bist jetzt ganz alleine mit mir in diesem Raum und ich bin unbesiegt. Mal komm, schlag mich doch. Oh, bist du schon raus? Nein, Snoopy, hau doch jetzt nicht ab, Mann. Du weißt, du kannst nicht abhauen, ey. Komm, ich brauch nicht so viele Hits, um dich zu besiegen, ey. Und, wie geht's deinem Tod denn? Wie geht's deinem Tod, Mann? Oh nein, wo sind wir denn hier, Snoopy? Oh nein, hau doch jetzt nicht ab, Mann. Wolle, du wirst es nicht schaffen. Oh Mann, ich werde es nicht schaffen, sicher. Oh, wo gehst du denn jetzt lang? Na, kommst du nicht her, ne? Nein, komm ich da nicht her. Oh Mann, Snoopy, ich wäre mir da nicht so sicher an deiner Stelle, ey. Beule, du kriegst mich nicht. Ich sag dir so, wie es ist. Entschuldige dich jetzt. Warum wolltest du mich angreifen? Meine Axt braucht dich als Essen an und ich werde dich jetzt heulen. Beule, wir sind doch Höllenkrieger. Ich kann mir entfliehen, ey. Oh, komm doch, trau dich doch, Mann, ey. Ich komme zu dir nach oben, ey. Wir sind brutal. Oh, hast du Angst, Mann? Nein, Mann, du brauchst keine Angst haben. Ich bin doch, Beule, du bist so sicher, das Leute. Beule, wo bist du? Jetzt reizt es mir, aber ich komme jetzt mit Schmeichen. Komm mit zu dir. Komm doch mit Schmeichen, Mann, Schmeichen, wir werden mich nicht angreifen, weil ich bin ein echter Höllenkrieger und ich werde für immer ein echter Höllenkrieger rein, Snoopy. Nenst du, wer du bist, hä? Bitte, schreist du doch. Nein, nein, ich bin hier wieder reingefallen. Bist du schon wieder da reingefallen? Komm, komm doch, komm doch, komm doch. Oh Mann, jetzt hörst du doch bleiben. Oh, wie viel Schaden mache ich dir, Snoopy. Oh, bleib da drin. Oh nein, willst du dich regenerieren? Oh nein, dein Floh ist kaputt. Bitte, Mann, du bist jetzt. Ja, bitte, das war ich. Oh Mann, ich dachte, sie müssen mal reinkriegen. Du bist so ein Noob, ey. Komm her, komm her, komm her. Komm, gib mir noch ein paar Hits, Mann, komm. Das weiß ich nicht, ich will dich jetzt. Ich bin der Erste, wenn ich kenne. Ich weiß, du bist stark, Snoopy, aber das wird dir nichts bringen, Mann. Oh Mann, ich sehe nichts, ich sehe nichts, Snoopy. Ich werde dich holen, Mann. Und wie viel Schaden mache ich dir? Wie viel Schaden mache ich dir, Snoopy? Komm, komm, hau doch jetzt nicht ab, Mann, Snoopy. Ich brauche deine Seele, ey. Ich brauche sie jetzt ein für alle Mal, Mann. Hau doch nicht ab, Snoopy, hau doch nicht ab, ey. Nein. Nein, 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 nein. Nein, Boile. Komm, geh, lass wieder gut in den Ohr. Nein, 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 nein. 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 Boile hat mich gekillt. Nein. Nein, Leute. Warum? Meine Items. Meine Items. Nein. Ich habe meine ganzen Items verloren. Warum macht Boile das? Boile. Warum? Ich dachte, wir wären beide Höllenkrieger, die für die Gerechtigkeit kämpfen. Und ich denke, er wird mich noch mal killen, wenn ich hingehe. Ich denke, was macht er? Ich hole mir jetzt meine Items wieder. Er ist nicht mehr da. Da ist er. Da ist er. Was machst du hier, Mann? Geh mir meine Items. Geh mir meine Items. Geh mir die. Du holst deine Rüstung hier weg. Oh nein. Habe ich jetzt etwa deine Items? Oh nein. Oh nein. Viel Spaß mit deinen. Oh. Willst du mich jetzt angreifen? Komm, geh mich doch. Was? Oh, was? Mann. Warum macht er sowas? Alle deine Items sind weg. Boile, was habe ich dir getan, dass du sowas machen musst? Boile, ich dachte, wir wären beide Höllenkrieger. Ja, also wirklich, Boile. Ich dachte, wir wären beide Höllenkrieger, die für das Richtige kämpfen. Aber was machst du, Boile? Ganz ehrlich, Leute. Was macht er und killt mich einfach? Meine Items. Machen meine Items, Leute. Meine Items. Warum macht er so? Ich verstehe es nicht. Leute, vor allem, ich wollte mich sogar verbannt lassen, damit niemand verbannt wird von den Höllenkriegern. Und so wird mir das bedankt. So werde ich jetzt. Ja, 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 ganz ehrlich, Leute. Ich habe gesagt, ich will niemanden verbannt von den Höllenkriegern. Geh doch zum Alpha-Tor. Leute, ich wollte niemanden verbannt und dann machen die so. So danken sie es mir. Ganz ehrlich, so danken sie es mir. Ist der da irgendwo? Mach na, ey, Boile. Hier ist noch Spitzhacke drin, Leute. Ist noch hier irgendwas? Er hat alles weggenommen. Er hat alles weggenommen. Ich habe nicht mal mehr Essen. Nein, nein, nein. Boile. Boile, ich dachte, wir wären wahre Freunde. Boile, warum machst du sowas? Ich verstehe es nicht. Ich habe wenigstens noch mein Schweinchen, denn. Ein bisschen auf mich hört. Leute, ich sage euch ehrlich. Ich wollte verbannt werden. Ich wollte, dass niemand verbannt wird. Wirklich, Leute, dass niemand verbannt wird. Und wie wird es mir gedankt? Indem sie mich killen, Leute. Indem sie mich killen. Mich angreifen die ganze Zeit. So bedanken sie sich. Oh, das ist wirklich nett von euch. Ich sage euch ehrlich. Ich sage euch so, wie es ist, Leute. Ich weiß nicht, was ich euch getan habe. Ich habe einfach immer das beste Versuch für euch. Für mich. Für uns alle. Und sowas passiert dann. Ganz ehrlich. Sowas passiert dann. So dankt ihr es mir. Ich habe alles versucht, damit die Höllegrüger immer da sind und ein Team sind. Und Boile killt mich und nimmt mir meine ganzen Items weg. Er nimmt mir all meine Items weg, Leute. Ich verstehe es auch nicht. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Leute. Mira hat auch gesagt, ich darf nicht verbannt werden. Ganz ehrlich. Ich will es jetzt auch nicht mehr. Ich will jetzt auch nicht mehr verbannt werden. Es reicht mir wirklich, Leute. Boile ist immer noch online. Es reicht mir. Es reicht mir vollkommen. Ey, ganz ehrlich. Ich muss mich immer rechtfertigen für Sachen. Und die, die können einfach machen und tun, was sie wollen. Ganz ehrlich. Höllenkrieger. Das sind keine Höllenkrieger mehr. Das sind irgendwelche Kackleute, Alter. Das ist kein Team. Die können dann gleich einfach die Höllenkrieger verlassen, Alter. Alter, Alphasteinchen und Beule, ihr vor allem. Ihr könnt gleich einfach die Höllenkrieger verlassen, wenn ihr schon so einen macht. Ey, das geht wirklich zu weit, Leute. Ich verstehe es auch nicht. Hier vielleicht noch irgendwo Items. Ne, zum Glück hat er meinen Kopf nicht genommen. Aber ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe, Leute. Ich habe mein Bestes versucht. Ist hier irgendwo noch eine Ender-Chess? Hä? Was ist das denn? Warum sind die Karotten angepflanzt? Auf jeden Fall, Leute. Ich hoffe, ich habe hier noch eine Ender-Chess, wo ich ein paar Sachen habe. Ich glaube, ich nehme auch nichts raus. Ich glaube, ich habe selber nichts mehr. Ja, Schuhe des Bodens, das lasse ich einfach mal. Leute, ich habe nichts mehr. Oh nein, 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 nein. Nein! Nein! Oh Mann, ey. Jetzt bin ich nochmal gestorben. Mann, Leute. Ich sage es so, wie es ist. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Ey, ganz ehrlich. Ich gehe gleich zu Beule und dann wird er sehen. Ey, ich... Mann! Egal. Ich lasse es doch lieber sein. Ich gehe doch nicht zu Beule. Ich weiß nicht, ob das was Gutes sein würde. Ich sage es so, wie es ist, Leute. Ich habe alle meine Items verloren. Alle meine Items. Alles. Wortwürdig. Alles. Ich habe keine Rüstung mehr. Ja, Leute. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Ich würde sagen, ich glocke mich jetzt erstmal aus. Und mal gucken, was dann passieren wird. Ob er mir meine Items wiedergeben wird oder nicht. Das seht ihr in der nächsten Folge, Leute. Schaut dann auf jeden Fall an. Um 14.04 Uhr wahrscheinlich wieder, Leute. Lasst dann kein Abo da. Das war jetzt so. Tschau, tschau. Tschau, tschau.